Eine der größten K-Pop-Bands überhaupt erscheint auf der Vivi-App. Außerdem schauen wir uns den bevorstehenden nächsten Star Wars Drop an und auch den nächsten Comic Drop, der tatsächlich heute schon war. Wir schauen uns den trotzdem nochmal an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und starten tun wir an dieser Stelle vielleicht mit der Ankündigung, die wahrscheinlich so die meisten von den Socken gehauen hat. Und zwar Blackpink mit einer der größten Girl Groups bzw. die erfolgreichste Girl Group überhaupt erscheint auf der Vivi-App mit Digital Collectibles. Und das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für Vivi selbst, denn das Ganze wird natürlich hier auf Vivi auch wahrscheinlich einen großen Einfluss haben. Ob das Ganze jetzt auch finanziell ist oder zum Beispiel einfach nur aufgrund von Reichweite einen Einfluss haben wird, das werden wir in der Zukunft bzw. in den nächsten Tagen dann auch sehen. Vielleicht erstmal ganz kurz vorab, worum wird es hier überhaupt gehen? Blackpink habe ich schon in meinem letzten Video einmal vorgestellt. Unter anderem auch die Zahlen, was sie denn da eigentlich so mit sich bringen. Wir können uns zum Beispiel hier nochmal einen weiteren Tweet anschauen von den Instagram-Followern allein, der vier Frauen, die hier diese Band betreiben. Blackpink. Und das sind insgesamt 343 Millionen Instagram-Follower. Natürlich sind ja auch manche Leute bei allen vier einfach abonniert. Von daher kann man die nicht als individuelle Personen sehen. Dennoch reden wir auf jeden Fall von einigen Millionen Followern, die sie auf den Social-Media-Kanälen haben. Natürlich sind aber auch nicht alle von denen so kaufkräftig, denn ich denke mal viele sind tatsächlich hier so noch im recht jungen Alter. Und dementsprechend ist da einfach nicht die Liquidität da, die sie vielleicht der eine oder andere erhoffen. Dennoch gehe ich persönlich davon aus, dass der Drop selbst, den sie hier rausbringen werden mit Blackpink, auf jeden Fall ein voller Erfolg werden wird. Wir werden es allerspätestens sehen, wenn halt der Drop wirklich stattfindet. Denn dann werden wir sehen, okay, wie viele Leute werden wirklich dieses Collectible haben wollen. Plus natürlich, was wird denn da überhaupt kommen. Ihr könnt aber tatsächlich auch jetzt schon ein Digital Collectible for Free bekommen. Und zwar schaut unbedingt mal in eure E-Mails, beziehungsweise in eure Spam-E-Mails. Denn dort findet ihr sehr wahrscheinlich eine E-Mail, wo euch nämlich angeboten wird, zwischen einer Farbe, zwischen Pink oder Schwarz zu wählen. Und dann werdet ihr ein Digital Collectible for Free bekommen. Ich werde euch ja mal hier kurz die E-Mail einblenden. Das ist so die E-Mail, die ihr dann sehen werdet in eurem E-Mail-Postfach. Sieht relativ unscheinbar aus, versteckt aber dahinter tatsächlich ein Free Collectible. Deswegen auf jeden Fall daran teilnehmen und hier das Ganze nicht verpassen. Wir haben außerdem über das gesamte Thema auch schon was für einen Einfluss das gegebenenfalls auf Vivi haben könnte. Gestern schon im Livestream mit Frank und auch Instinct aka Enrico besprochen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Talk und wir waren uns tatsächlich auch nicht immer einer Meinung. Also vielleicht hier auch ein bisschen Abwechslung zu den sonstigen Themen. Kommen wir als nächstes zum bevorstehenden Star Wars Job. Der 4. Mai bzw. May the Force be with you, der Star Wars Day, wurde ja tatsächlich leider mit keinem Star Wars Job versehen. Dennoch sehen wir jetzt hier tatsächlich den fahrenden Mülllaster im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir sehen hier nämlich den Sandcrawler. Und ja, diesen bekommen wir am 12. Mai, ein paar Tage später, ungefähr eine Woche später eigentlich als der Star Wars Day selbst. Dennoch finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr cool. Um 17 Uhr deutscher Zeit wird das hier am Sonntag droppen. Wir werden hier natürlich nur ein Collectible bekommen, da es auch noch einen Sandcrawler gibt. Das Ganze wird interaktiv sein, eine Rare sein, eine Editionzahl von 2500 Stück haben und einen Listenpreis von 50 Gems. Natürlich wird das Ganze auch hier eine First Edition sein. Und hier werden wir mal sehen, wie detailreich das am Ende dann wirklich sein wird. Ob man hier beispielsweise diese Klappe runterfahren kann und dann da drin tatsächlich auch was ist. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Job. Schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Job haltet und ob ihr diesen Job mitnehmt oder nicht. Wir kommen zum Free Comics Book Day, denn dieser wird tatsächlich auch am 8. Mai, das heißt schon morgen stattfinden. Und ich bin super gespannt, was hier auf uns zukommen wird. Und ja, ihr habt schon richtig gehört, Free Comic Book Day heißt Free Comics für alle. Wie das Ganze dann bei Vivi aussehen wird, ob man dann halt das Nicht-NFT nur für Free bekommt und das NFT dann halt irgendwie noch ein bisschen Aufpreis zahlen muss oder nicht. Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Was auf jeden Fall aber feststeht, ist, dass es auf jeden Fall eine sehr coole Aktion ist, um hier vielleicht den ein oder anderen MCP-Punkt for Free mitzunehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Mehr Details werdet ihr dann hoffentlich morgen bekommen. Bisher haben wir jedenfalls hier leider noch keine weiteren Details bekommen. Und kommen wir vielleicht dann auch direkt bei Vivi Comics zu den Comics zu sprechen, die morgen früh um 9 Uhr deutscher Zeit jobben werden. Ganz wichtig hier auch nicht zu verwechseln ist, dass diese Comics wohl nicht zum Free Comic Book Day dazugehören. Diese werden wohl separat droppen zum Free Comic Book Day. Daher hier auf jeden Fall keine Hoffnungen machen, dass das die Comics sein werden. Ich bin auf jeden Fall aber sehr irritiert, dass wir hier tatsächlich auch Giant Size X-Men Hashtag 1 sehen, was wir ja eigentlich schon auf der Web haben. Ich bin etwas verwirrt, was das Ganze angeht. Wir werden aber mit Sicherheit in den nächsten Stunden hier dazu mehr erfahren. Kommen wir nun zum nächsten Comic Drop, beziehungsweise zum Comic Drop, der schon heute passiert ist. Ich wollte aber trotzdem einfach nochmal darauf eingehen. Das Ganze ist heute gerobbt um 17 Uhr in deutscher Zeit. Avengers Hashtag 8 mit der First Appearance of Masters of Evil. Unter anderem auch noch die First Appearance of Original Barones Demo. Und wir werden hier natürlich auch 5 Cover wie immer bekommen. Finde ich persönlich jetzt nicht so ultra interessant. Das Ganze hat 7 Dollar gekostet. Da hat eine Editionzahl von 5000 Stück. Und ich würde sagen, wir schauen uns dazu auch nochmal den passenden Go-Collect-Artikel an. Hier auch nochmal bei einer 9.8 gerade mal bei 7.800 Dollar mit 10 Grades. Ist nicht allzu viel, muss man ganz klar sagen. Selbst eine 9.6 hier schon mit 4.500 Dollar bei 16 Editions. Ja, ist auf jeden Fall nicht allzu stabil. Auch wenn man hier runterscrollt, schon auch eine 7.0 für 500 Dollar. Ist natürlich schon ein bisschen höher als viele, viele andere Comics. Dennoch, meiner Meinung nach, immer noch nicht allzu krass. Von daher, ich persönlich habe diesen Drop auf jeden Fall nicht mitgenommen. Aufgrund dieser Daten unter anderem. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit den ganz kurzen News für dich da draußen zum Dienstag. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao. 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 .